Polizist Torben vom Revier Steinhammer am Apparat Hilfe! Polizei! In meinem Haus spukt es! Geister! Geister! Ähm, für solche Fälle bin ich nicht zuständig. Sie wissen, wen Sie in solchen Fällen anrufen müssen? Wachtmeister Rheinmann! Danke, Herr Thorsten! Ich heiße Torben. Wachtmeister Rheinmann! 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 Wachtmeister Rheinmann! Ja, er macht seine Arbeit! Aber wir dachten, wir sind für die Geisteraustreibung zuständig. Dich! Äh, na gut, wir sind dann weg. Nun, Frau Margarete Ängstlich, wo drückt denn der Schuh? Bereits seit zwei Nächten treibt ein Geist in meinem Haus sein Unwesen. Nachts heult er immer so schaurig und poltert herum. Er verrückt auch meine Möbel, sodass ich nicht mehr schlafen kann. Hausfriedensbruch, nächtliche Ruhestörung und Eingriff in die Privatsphäre durch widerrechtliches Verrücken der Inneneinrichtung. Ha! Das wird teuer! Jetzt haben wir den! Süßes... oder saures... So, Frau Ängstlich, der Geist wäre dann wohl beseitigt. Ähm, ist heute nicht Herr Lubin? Und waren das Jugendliche? Ja, bitte! Jeden Tag eine gute Tat! Nachtmeister, mein Mann! Ja, der macht seine Arbeit gut! Wer ist da? Nein! Gut, okay, kein Mann! Wicoke, der Schuhl Toni! đấy ist der Schuhlitz, der Schuhlitz-Tes und der Schuhlitz-Senschen. Also, ich schätze mich mal, dass sie zu Hause nicht erinnern wollen. Aber ich kann mich nicht erinnern. Drei Problem! Körbe! Ja, ich kann mich nicht. Wer ist der Schuhlitz, der Schuhlitz你說bar. Ich bin zu Hause. Und wer ist der Schuhlitz? Ich bin zu Hause! Ich bin zu Hause. Vielen Dank.